Die Ernteaktion Gelbes Band startet auch in Metzingen in ihre zweite Runde. Im Rahmen dieser können Obstbaumbesitzer Obst verschenken, das sie selbst nicht oder nur bedingt abernten können. Dazu müssen sie lediglich ein gelbes Band an den Bäumen befestigen, deren Obst die Besitzer nicht ernten wollen oder können, so wie hier im vergangenen Jahr. Damit signalisieren sie, dieses Obst darf jeder kostenlos und ohne nachzufragen ernten. Die Bänder können ab dem 17. August immer donnerstags von 15 bis 17 Uhr und ab September freitags von 12 bis 17 Uhr kostenlos an der Obsthalle Metzingen Kolbenvasen 1 abgeholt werden. Die Aktion, die bundesweit läuft, soll ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung setzen.